Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin die Inori LP und wir werden zusammen Grimmige Legenden 2, das Lied des Dunklen Schwans, spielen. Ja, das ist der zweite Teil von Grimm Legends, auf Englisch, so heißt das. Grimm Legends Song of the Dark Sworn. Klingt ein bisschen besser als im Deutschen. Ja, ich habe ja schon Grimm Legends The Forsaken Bride gespielt. Das hier ist ein zweiter Teil, allerdings hat er mit der ersten Story gar nichts zu tun, soweit ich weiß. Ich kenne das natürlich noch nicht, mal gucken. Mal gucken, worum es hier geht. Ja, mir gefällt das hier schon mal ganz gut, das Titelbild. Hier mit den Schwanen und, ja weiß nicht, das hier hinter alles. Sehr, sehr schön und die Musik vor allem wieder. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich bin gespannt, was uns in diesem Spiel erwarten wird. Ich will auch gar nicht lange schnacken. Ich will wissen, ähm, was uns, äh, erwartet. Von daher, äh, starten wir das Spiel. Genau, äh, Abenteuer auswählen. Hier, ähm, das ist wahrscheinlich wieder so ein Bonusspiel. Aber das können wir ja noch gar nicht machen. Dazu müssen wir erst mal das Hauptspiel spielen. Das Lied des dunklen Schwans. Und ich spiele das auf jeden Fall auf normal. Leicht brauche ich nicht und schwierig muss auch nicht sein. Also machen wir einfach normal. Wie beim letzten Mal auch. Ich weiß noch, aber niemand hat gefunden, die ich brauche. Meine Königin hat nie gesagt, eine Wort. Ich liebe sie mehr als Leben selbst. Und ich lange hören, ihre Sprache. Hallo, mein Lieber. Du bist der Healer, nicht wahr? Mein Sonn, der König erwartet dich im Hintergrund. Und so wie du es wissen, seine Königin hat den Welt zu ihm. Du hast es geschafft. Ja, und da sind wir auch schon im Spiel. Ähm, möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Nein. Ja. Ich brauche das nicht. Ich bin ein Besserwisser ohne Anleitung zu spielen. Herrlich. Ja, ich meine, ich weiß ja, wie es geht. Das wird wahrscheinlich genauso wie das erste Spiel sein. Ja, wir gucken uns erstmal hier um. Wir wollen gerufen. Wir sind wohl eine Heilerin. Und wir sind in so einer Art Königreich, wie ich das verstanden habe. Und der König macht sich um seine Königin Sorgen, weil sie noch nie ein Wort gesprochen hat. Ja. Schauen wir mal. Hiermit wird dem Träger dieses Schriftstückes gestattet, sich frei im Adlerkönigreich zu bewegen. Der Adlerkönig. Ja. Der Adlerkönig. Sehr schön. Was glitzert hier? Gesundheitsfanatiker. Finde ein Siegel der Heilerin. Okay, was war das jetzt? Ah, okay. Hier können wir so ein Bild freischalten wohl, wenn wir alle 31 finden. Ja, mal schauen. Also es gibt wieder Sachen zu finden. Das finde ich sehr schön. Schwarze Magie ist strengstens untersagt. Mit Magie sollte man nicht spaßen. Zum Glück bin ich eine Heilerin und keine Hexe. Ja, das ist sehr schön. Aber ich freue mich richtig, dass ich wieder ein Wimmelbild spielen kann. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil die letzte Aufnahme von Grimlethsons 1 ist schon ein bisschen her. Daher freut mich das, dass ich wieder wimmeln darf. Und was liegt denn hier alles drin? Socken. Unter der Truhe muss ich etwas verbergen. Der Boden hört sich hohl an, wenn ich darauf klopfe. Ja, gut. Dann sprechen wir mal mit ihr hier. Okay, meine Sachen. Den leeren Tisch kann ich gut für meine Dinge verwenden. Ach so. Okay. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, und hier haben wir gleich das erste Wimmelbild. Was brauchen wir denn alles? Das sehe ich auf Anhieb. Ah ja, das können wir wegmachen. Sehr schön. Ich liebe Kerzen. Sie sind so beruhigend. Oh ja, ich liebe auch Kerzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch immer sehr schön. Ich habe auch ganz viele Kerzen bei mir hier rumstehen. Und mache die ab und zu mal gerne an. Wie kann ich dies schmelzen? Weiß nicht, hiermit? Ha. Aha, sehr schön. Hier ist noch was. Hm. Jetzt geht es nicht mehr so schnell. Ähm. Ach da. Sehr schön. Hier ist nichts. Da ist noch was. Da war noch was. Und eine Sache fehlt noch hier. Cool. Was ist das? Was ist das? Präzise. Schließe ein... Ich habe das nicht lesen können. Egal. Eine Lupe haben wir. Oh, was haben wir hier denn? Wo ist euer Schild? Oh, mutiger Ritter. Ja, das weiß ich nicht. Auch kein Schild. Okay. Okay. Vielleicht können wir das später machen. Hier haben wir wieder ein Buch. Untersuche die Königin. Das wird wahrscheinlich die Karte sein. Genau. Das kennen wir ja schon. Na gut, dann gehen wir mal mit ihr hier. Ja, klar. Ach so. Soll ich sie angucken? Ich brauche meine Lupe. Ich glaube, dass die Königin unter Schlafentzug und Stress leidet. Ich glaube, dass die Königin unter Schlafentzug ist. Oh, die kann ich mitnehmen. Was haben wir denn hier? Mit diesem Beil brach der König die Tür des brennenden Hauses ein und rettete seine zukünftige Gemahlin. Sicherlich hatte das Schicksal seine Finger im Spiel. Denn als er sie hinaustrug, flogen sieben Schwäne über das Paar. Viele sagen, dass es göttliche Fügung war. Ja, vielleicht gibt es ja sowas. Ich meine, eigentlich passiert ja nichts aus Zufall. Sagt man ja. Alles hat einen Grund, dass es so passiert, wie es passiert. Ja, hier kann ich gar nichts machen, ne? Die Königin wartet auf das Trank. Weiß ich nicht, auf den Trank? Egal. Ich sollte besser keine Zeit verschwenden. Ja, ist ja gut. Das Bibel war süß. Die Königin wartet auf dich in ihrer Zimmer. Ja. Ja, ich gehe zurück. In mein Zimmer. Dann soll ich einen Trank machen. Ach Gott. Wenn ich einen Trank herstellen möchte, dann muss ich zuerst frisches Wasser finden. Ich habe doch hier eine Karaffe. Da war Wasser. Ach Gott. Und jetzt? Das erste habe ich gemacht. So, dann Feuer machen. Ach so, ja. Ähm. So. So, das brennt. Dann zwei. So. Dann viermal Wasser. Das ist ja Quatsch, was ich hier mache. Ich brauche vier. Ich brauche das zurückgieße. So. Äh. Was soll ich damit? Ach so. Was soll ich damit machen? Also muss noch irgendwas rein. Was haben wir denn hier? Ne, das nicht. Das? Das haben wir auch. Oder sind sogar Haken mit bei diesmal. Das finde ich sehr schön. Okay. Einmal umrühren. Bleib ruhig. Bereite den Beruhigungstrank zu. Sehr schön. Dann gehen wir da mal rein. Was ist das? Oh. Was war das? Die Tür ist von... Es soll wahrscheinlich heißen, die Tür ist von innen verschlossen. Ich muss sie öffnen. Ja, witzig. Zum Glück steht sie bloß unter Schock. Hier könnte der Zaubertrank helfen. Ja, hier. Was hat sie da? Ein Siegel? Okay. Was haben wir hier? Warum hat jemand diese Zeichnung hinter der Tapete versteckt? Ja, gute Frage. Warum versteckt man sowas? Oh ja, jemand hat das Panzer rissen hier. Witzig. Was ist das hier für ein Zeichen? Könnte ich nichts machen? Sie ist auf... Achso, sie holt die Wachen wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was ich von der Frau hier halten soll, die hier eben saß. Ich glaube, das war die Schwester vom König. Irgendwie so. Ich weiß auch nicht, ob die so Gutes im Sinn hat. Ich weiß nicht. So vom Gefühl her. Oh, hier. Eine Axt. Kann ich damit jetzt... Ja, kann ich. Ja, ich hau mich durch. Ja, ich hau mich durch. Äh, ja. Da war irgendwas, irgendjemand. Also irgendwas ist hier vorgefallen. Und das Baby ist verschwunden. Eieiei. Wir schauen uns hier erst mal um. Die junge Königin fühlt sich nicht Schwiegermutter verbunden. Okay. Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was, die Mutter? Ist das die Schwester? Ich weiß es gerade nicht. Äh. Könnte ich nicht blättern? Okay. Ein Teil des Bettrahmens fehlt. Nee, das passt da nicht rein, ne? Amulett der schwarzen Magie. Hier ist auch irgendein Zeichen aufgemalt. Okay. Wie ich sehe, liebt die junge Königin das Webehandwerk. Aber warum verwendet sie anstelle von Wolle Kräuter? Anscheinend zählt jemand die Tage bis Hemden. Okay. Keine Ahnung warum. Eine zerrissene Decke aus der Wiege eines Babys. Können wir hier noch irgendwie... Ne, ist nichts mehr, ne? Was ist das? Ein Haken? Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier fehlt etwas. Ja. Ne, es ist immer nur das, ne? Mal was gucken. Da sind nur Bücher. Ne, da kann ich nichts klicken. Da war auch nichts. Was ist das, was du findest? So? Was ist passiert? Die Königin hat das in ihrer Hand. Ich will es sehen, liebe. Die Magie? Meine Schmerz. Okay, also das ist Das ist wirklich, das ist gar nicht die Schwester, das ist die Mutter. Da habe ich mich irgendwie verlesen oder mich vertan. Das ist die Mutter. Das ist die Mutter von dem König hier. Ja, und da lag ja irgendwie ein Buch, dass sie sich mit der Schwiegermutter nicht so versteht. Natürlich ist er für seine Frau. Na, ich meine, das ist ja eben seine Frau. Natürlich glaubt er nicht daran und will sie somit beschützen. Mal gucken, kann ich hier irgendwas machen? Hier können wir noch irgendwas machen. Ist hier noch irgendwas? Ne, hier war nix mehr. Ähm. Dann gehe ich erstmal hier rein. Und dann würde ich jetzt auch erstmal den Part beenden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also irgendwie, ähm. Oh, die Ketten sind aus. Ähm. Versteht die Königin sich wohl nicht mit der Schwiegermutter. Wie man hier auch sieht. Sie geht hier mit ihrem Sohn irgendwie... Äh. Durch das Schloss und hat das Baby von ihr auf den Arm und ja, sie ist da eher abseits. Ja, vielleicht hat sie, äh, auch eher die Schwiegermutter was mit der schwarzen Magie zu tun. Man weiß es nicht. Äh. Ist nur eine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht. Ähm. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es weitergeht. Und, ähm. Ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. Äh, ich würde mich über Kommentare, Bewertungen sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dann, eure Inuri Appi.